. 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 Guten Abend miteinander. Oli Verziltener und Dominik Lieb sind vorwärts. FWD. Wir öffnen heute die ganze Geschichte. Es war eine weiterführende Geschichte. Es sind vier Ausstellungen geplant. Und die fünfte Ausstellung wird nachher in Norseland sein. Das wird ein internationales Performance Festival geben. Wir haben eine halbstündige Räde vorbereitet, die wir euch jetzt abspielen möchten. Und weil wir nicht so lange warten möchten, machen wir es ein bisschen schneller. Vorwärts. Merkt es? Wieso geht es noch? Jetzt hat es ganz gut gehört. Wir drücken. Das ist die Heffnung. Ich wollte gerade das Problem machen. Und so. Danke. Danke schön. Jetzt ist die Ausstellung offiziell eröffnet. Ihr könnt reingehen, die Ausstellung anschauen, euch am 5. bedienen. Wir haben zwei sehr charmante Damen hier, die das Büffel eröffnen und bedienen. Ja, fertig geredet. Dankeschön. Schön sind ihr alle hier. Grüß Sie. Hallo. 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 Heute zeige ich arbeiten, die ich auf meinen Studienreisen in Istanbul und England gemacht habe. Zusätzlich zeigte ich die Arbeiten vom Jahr 2011. Wir haben heute Skulpturen, Bilder, Malerei, Zeichnung und Fotografie. Und auch Performancefotografie. Jetzt ist es gut. Einfach die Linie ein bisschen öffnen. Ja. Ja. Wir müssen noch nie gehen. Ah, das sieht super aus. Wird jemand von der Zierweine, ob sonst etwas trinken? Du bedienst dich. Wolltest du das Bier an den Anschluss? Ja. Die Musik müssen wir noch an? Ja. Oh, da. Das läuft ja auch. Oh, jetzt bin ich. Oh, jetzt bin ich. Oh, jetzt bin ich los. Ich bin mit dem Schlüssel. Warte, da kommt jetzt sicher raus. Nein, der ist noch ein Schafel. Ach, das ist noch ein Schafel. Ich habe es noch nie. Dann sind wir hier noch eins. Oh, jetzt gehen wir hier los. So, ja. Das ist ja auch so. Ja, man kann hier mal. Das ist schon modern, wenn man Kabel sieht, bei solchen Stationen, können wir noch sein, Kabel, so laden Sie es zu. Wo sind wir? Wir sind im Vorwärts Nummer 1, in Bretligeu. In Vorwärts Nummer 1, Bretligeu 14 in 5600 Lenzburg. Schweiz? Schweiz. Und warum sind wir hier? Weil heute der Startschuss ist zu einer wunderbaren Ausstellungsserie und eines neuen Kunstraums. Der Kunstraum heisst Vorwärts FWD, gemäss der Vorspultaste der analogen Kassettenabspielgeräte. Seht man hier, diese alte Taste da, mit den zwei Pfeilen. Weil wir immer weiter ziehen und uns immer vorwärts spulen. Und dann immer weiter gehen. Und du bist? Ich bin Dominic Klipp und mache die erste Ausstellung. Warum? Weil ich dazu gehöre. Ich bin mit Oliver Ziltener zusammen, der Initiant dieser Ausstellungsreihe, dieses Kunstraumes. Und wir stellen uns selber aus und auch andere und wollen so unser Netzwerk fördern, ergänzen und erweitern. Das ist Roger Lewy, unser grosser Dokumentator. Wir haben die Freude, ihn uns dabei zu haben. Er macht mir Konkurrenz bei meinem Bart. Das finde ich überhaupt nicht fair. Was redet das noch? Drehen oder was? Du, es ist Winter.